Das ist Neopost-Modern-Brasiliane. So, geil. Weil jetzt haben wir übrigens mittlerweile auch irgendwie die Judith und die Nadine, also haben es auch zwei Stimmen eigentlich theoretisch, um das einzubauen. Ja, das ist eine Ecke. Ja, das ist auch eine Ecke. Aber das ist jetzt nicht klar. Also liebe, liebe Freunde. Ingrid. Carbone. Carbone. Da ist eine Carbone. Ja, das wäre super. Ja, aber wir brauchen auch einfach eine Struktur. Du bist der Chef. Zeig doch einfach mal, was du machen willst. Ja, aber wir brauchen vielleicht schon eine Richtung. Ok, jetzt singen wir das so. Entschuldige Bou Musik A Alright Isawa Musik Ben Fiss Musik Hiss Ah hess Ah, hieß Vielleicht etwas zu loben. Damit wir hierher kommen zum Visiten. Da bin ich ein Aaaaaaah. Aaaaaaaah. Aaaaaaah. Das war gar geil. Echt? Aaaaaaah. Aber Igri, lass ihm die Ton ab. Du gibst den Ton ab. Ich bin eh. Igri, das ist der Chef. Wollt ihr nicht Staffarm machen? Hahaha, das ist doch Samba, kannst du auch sagen? Das ist 1000 Performances. Samba von 3.012 heißt es für Samba. Das ist auch noch eine große Lange, das ist doch eine große Lange, die wir in der Welt sind. Der ist halbe Lange, die war nicht so gut. Was ist denn der Stoff? Na gut, wir können uns super sich sein. Kommt da, es steckt für die reichen Märzschildes. Hu, hu, die Millionen werden, wenn die Millionenstufe hochgespielt wird, So, das ist mal. So, das ist mal. Wow, die ist so. Man kann ja auch nicht nur sagen, aber es ist so. Das ist gut. Ausmachen. Ja, das ist so gut. Aber jetzt geht's so. So, das ist so. Das war's, das war's. Papa was a... Papa was a rolling stone Wherever he laid his feet, there was his hope He dies All that is death is as a norm Papa was a rolling stone Wherever he laid his feet, there was his hope And when we die, there was his hope Already left us his belong He was the Jackson's Fleisch over here Papa was a rolling stone 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020